4, 3, 2 4, 6, 8 5, 3, 9 Meine Karte ist voll, das kann man aber gar nicht sagen. 5, 6, Und dritter Platz, Tore Peto, in einer Zeit von 10, 43. Applaus Ja, alles Gute beim weiteren Laufen. Wir haben dann hier nochmal Klemann Alexandra, Paula Dösche, Michael Leonie, Lisa Marie Brade, Alexander Götze, Len Winkelmann, Fabian Kreuzberger, 6. Platz, und Jörg Pekrul aus Pinno, 7. Platz. Ja, allen Kindern herzlichen Glückwunsch für die Teilnahme, dass ihr die zwei Kilometer geschafft habt und für eure hervorragende Zeit, die ihr geschafft habt und auch viel Spaß weiterhin beim Laufen. Ja, die Siegerehrung der Kinder ist dann beendet. Die Siegerehrung der Erwachsenen, Frauen und Männer nehmen wir um 12.30 Uhr vor und die Zeit überbrücken wir mit der Tombola. Ich übergebe an Sigi und Hartmut. Freundinnen und liebe Sportfreunde, wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Die Siegerehrung wird vorgenommen von unserem Vereinsvorsitzenden des Schweriner 15 Laufes von Georg Kölner. Ich rufe auf für die 10 Kilometer Andrea Mehlhorn, Susanne Hahn und Kathleen Behnke. Siegerehrung 10 Kilometer Lauf der Frauen, den dritten Platz belegt Kathleen Behnke in einer Zeit von 49.07. Applaus Den zweiten Platz belegt Susanne Hahn in einer Zeit von 44.31. Applaus Und den ersten Platz belegt Andrea Mehlhorn in einer Zeit von 33.44. Applaus Herzlichen Glückwunsch und nochmal einen Beifall der Anwesenden. Applaus Und Giuseppe Avignon Den dritten Platz belegt Giuseppe Avignon in einer Zeit von 37.23. Applaus Den zweiten Platz belegt Robert Prahl in einer Zeit von 37.09. Applaus Und der Sieger ist schon weg. Philipp Bahr hat eine Zeit gelaufen von 32.51. Der Preis wurde ihm auch schon übergeben. Nochmal herzlich Glückwunsch an die Sieger und alles Gute bei Ihnen. Applaus Wir kommen zur Siegerehrung 20 Kilometer Lauf der Frauen. Ich rufe auf Uta Bünger, Petra Michel, Jana Wilke und Petra Wichert. Applaus Den dritten Platz belegen die beiden Sportfreundinnen Wilke Jana und Petra Wichert. Beide in einer Zeit von 1.56. Applaus Den zweiten Platz belegt Petra Michel in einer Zeit von 1.42.39. Applaus Und Siegerin im 20 Kilometer Lauf Uta Bünger in einer Zeit von 1.35.58. Herzlichen Glückwunsch und ein kräftiger Applaus. Applaus Siegerin im 20 Kilometer Lauf der Männer. Ich rufe auf, ich rufe auf, Danny Müller, Michael Kruse, Sebastian Scheffel. Den dritten Platz belegt Sebastian Scheffel beim 20 Kilometer Lauf in einer Zeit von 1.19.22. Applaus Den zweiten Platz belegt Michael Kruse in einer Zeit von 1.17.33. Der ist schon weg. Sieger des 20 Kilometer Laufs des 45. Sachsenhausen Gedenklaufes, Danny Müller, in einer Zeit von 1.16.53. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Applaus Ich kann Sie nicht das Rasierkling kaufen. Super. Super. Ausziehen. الآας mit Haben wir alle Sieger entnoss�iert?